Wo kommt die Maka-Pflanze her? Die Maka-Pflanze wird seit jetzt gern 3000 Jahren schon angebaut. Die ersten Anbaugebiete waren in den perorianischen Regionen. Die Unä, das hochwertigste Maka-Posa, befindet sich bis heute. In dieser Gegend gibt es sehr raue, klimatische Bewegungen, aber besonders die Mittagssitzung und die niedrigen Temperaturen in der Nacht sind dafür verantwortlich, dass die Maka-Ursel gedeiht. Es erst seit 2000 sind die Exporte des Maka-Punas nach Deutschland gestiegen und steigen bis heute stetig an. Die Einfluss Die Logistische Die Ereignisse Die Ereignisse Die Sendung Wir haben es auf der Karte. Ich habe es da ein.